Was geht ab ihr lieben Menschen da draußen? Mein Name ist Mingli und willkommen auf meinem Kanal. Ich muss schon zugeben, in letzter Zeit sind sehr oft Videos gekommen. Das letzte Video war ja irgendwie vor zwei Wochen. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum ich so komisch drauf bin. Das liegt einfach nur daran, dass ich neulich einen sehr innovativen, kreativen, inspirierenden Kanal gefunden habe. Nein, es ist nicht Troom Troom. Der Kanal, um den es sich heute handelt, ist, ähm, ja, äh, wie soll ich es sagen? Ähm, ziemlich verstört. Er heißt Sonnenseite. Die Leute, die diesen Kanal betreiben, die sind einfach, äh, ich... Was machen die eigentlich? Also auf den ersten Blick merkt man auf jeden Fall, dass die Thumbnails ziemlich farbig, bunt und total abgespaced sind. Aber Props gehen raus. Ich meine, die sind sowas von regelmäßig. Die machen einfach drei Videos am Tag. Ich wünschte, das wäre auch so bei mir. Okay, Freunde, ich würde dir jetzt mal vorschlagen, dass wir uns jetzt mal ein Video von Ihnen anschauen. Neun Rätsel, die nur Personen mit hohem IQ lösen können. Vielleicht werden wir eines Tages Rätsel für Dummies machen, aber heute noch nicht. Bitte was? Neun Rätsel, die nur Personen mit hohem IQ lösen können. Okay, ich glaube, ich bin raus. Sam Princeton ist mit seinem Leben so unzufrieden, so frustriert wegen der Schikanen durch seinen Chef und so wütend auf sich selbst, weil er zu träge ist, um den Job zu kündigen und ein neues Leben zu beginnen, dass er sich im Badezimmer direkt zwischen die Augen schoss. Warte mal, was? Das, meine Freunde, ist Sonnenseite. Schaut euch einfach mal die Kanal-Info von denen an. Spazier nur auf der Sonnenseite, dann wird alles gut. Aber hey, alles ist gut, wenn man sich zwischen die Augen schießt. Okay, ganz kurz eine Pause. Was ist eigentlich mit der Musik los? Die klatschen da einfach eine fröhliche Musik rein, obwohl es ein Rätsel ist, wo es darum geht, dass sich jemand selbst erschießt. Hört euch doch einfach mal die Musik an. Das ist auf jeden Fall die Art von Musik, die ich hören würde, wenn ich mir irgendwas ganz, ganz Schlimmes antun möchte. Doch im nächsten Augenblick verlässt Sam das Badezimmer, lebend und unverletzt. Lasst uns erstmal ganz neutral an diese Sache rangehen. Also es geht darum, dass sich jemand selbst f***t und irgendwie mit lebensbedrohlichen Verletzungen überlebt. Also es kann nur eine Lösung geben. Er hat safe Superkräfte. Antwort, der Haken dabei ist, dass Sam nicht sich selbst, sondern sein Spiegelbild erschoss. Der arme Typ. Jetzt hat er einfach sieben Jahre lang Pech. Okay, Freunde. Vergesst wir mal diese Rätsel und schauen uns einfach mal andere Videos an. Wie sich Männer über die letzten Jahrzehnte verändert haben. Ihr denkt euch jetzt bestimmt, dass es mega interessant ist, mal zu sehen, wie die Männer sich verändert haben. Aber wisst ihr, was sich Sonnenseite einfach denkt? Hey, Menschen haben sich verändert. Lass es uns doch einfach mal anhand von Tieren zeigen. Sprachen lernen. Dicker will er mich. Okay, wo soll ich nur anfangen? Also jeder Mann in der menschlichen Zivilisation hatte einen buschigen Bart und einen Matrosentanktop an. Dicker will er mich. Aber heutzutage tragen alle Männer Man-Buns, getrimmte, gepflegte Bärte und einen Anzug. Ähm, ich... Ja. Freunde, es gibt jetzt Laufbänder. Und auch Kopfhörer. Wir bekommen hier komische Bilder und vor einigen Minuten wurde uns ein komplett anderes Bild gezeigt, wie damals Männer Anzüge und Güte getragen haben. Und heutzutage trägt jeder T-Shirts, Kopfhörer und zeigt ungern, was er hat. Also... Ja. Okay. Gerade eben wurde die Entwicklung der Männer gezeigt. Und jetzt, glaube ich, wird es Zeit, uns auch mal die Frauen anzuschauen. Tattoo-Moden ändern sich schnell. Man kann sich schon denken, was bald kommt. Soll jetzt demnächst der Trend aufkommen, in dem es Tattoo-Pilz gibt? Wie sollen wir das verstehen? Und wie könnt ihr das wissen? Könnt ihr etwa in die Zukunft schauen? Wenn ja, wann hört endlich Troom Troom mit diesen komischen DIYs auf? Gibt es jemals ein Ende? Okay, Freunde. Also, wir sehen, früher haben Frauen lange Haare getragen und da ist nur rum, haben gegammelt. Heutzutage haben einige Frauen kurze Haare. Und jeder hat Handys und... Dicker, will er mich? Frauen fahren jetzt Autos. Wow. Damit hätte niemand gerechnet. Sie sitzt im Auto, cruist ganz entspannt rum. In der einen Hand das Handy. Okay, Freunde. Kann irgendjemand bitte mal die Polizei rufen? Weil das ist auf jeden Fall gegen das Gesetz. Dicker, will er mich? Was? Der Schwerkraft trotzen des Haar wird die Modepolizei an deine Tür klopfen lassen. Was soll das denn heißen? Die machen mich echt fertig. Die sind sogar schlimmer als fucking Troom Troom. Wie kommt man eigentlich auf diesen Gedanken? Solche Videos. Ich meine, warum? Wieso? Weshalb? Freunde, ich hoffe, ihr versteht jetzt, warum ich so... Verstört bin. Und... An der Stelle möchte ich noch eins sagen. Ich weiß, letzter Zeit kommen nicht so regelmäßige Videos. Aber eins kann ich euch sagen. Und zwar, meine neuen Upload-Zeiten sind immer montags und mittwochs gegen 16 Uhr. Also, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Beziehungsweise aktiviert auf jeden Fall die Glocke, um es auf jeden Fall nicht zu verpassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, ich danke euch auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich glaube, ich gehe jetzt ins Bad und schieße mir zwischen die Augen. Bis zum nächsten Mal.